So, moin moin und herzlich willkommen hier bei Medieval Dynasty. So, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Und hoffe, dass ich ihr nicht versage. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so laut ist. So, Inga, ich glaube, die hat mir nichts mehr zu sagen. Es tut mir leid, aber ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken, was du vorhin gesagt hast. Ich habe nämlich leider eben schon off-skin mit ihr ein bisschen gesprochen und geflirtet. Das solltet ihr natürlich nicht mitkriegen. War ja geheim. So, ich muss jetzt, glaube ich werde mal das hier... So, das ist, glaube ich, aktuell gerade. Und ich muss eine Jagdhütte bauen. Und ich muss dreimal einen Fuchs jagen und... Ein Bär. Äh, dreimal ein Bär. Ach, du sch... Was? Echt? Du Scheiße. Was kommt da auf mich zu? So, dann werde ich mal zu meinem Haus gehen. Hallo. Zeig mir deine Ware. Ne, ich habe nichts zu verkaufen. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ja, ich weiß. Du bist verheiratet. Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht? Zustimmung 10, das ist doch gut. Okay, ich glaube, wir gehen mal. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich gehe jetzt erst mal ein bisschen was trinken. Hallo? Und der Herbst naht und ich bin irgendwie noch gar nicht weit. Verlobt bin ich auch noch nicht mal. Was soll das noch werden mit mir? So, was haben wir denn hier schön? Das ist noch ein bisschen wehgerig sammeln, vielleicht. Wie wär's. Kann ja nie schaden. Kann das sein, dass es schon wieder dunkel wird. So, das ist mein Häuschen hier. Ganz einfach gebaut. Anzeige. Keine Bären? Doch, Bären. Ich finde, Bären braucht man doch irgendwie immer. Wie man sich irgendwie stundenlang mit Bären sammeln beschäftigen kann. Oh, in meiner Falle ist ein Häuschen noch sammeln. Oh, Falle ist kaputt. Ähm, ne Quatsch. Hier. Ja. Ich brauche dazu Stöcker. Ich brauche noch Stöcker. Und ein, äh, ja. Stöckchen. Stöckchen. Hier. Ich kann die Bären einfach immer nicht hängen lassen. Die brauchen mich doch. Ich kann sie nicht hängen lassen. So, Zweige. Weil irgendwann ist der Winter da und dann hängen wir da ohne Bären. Okay, ich brauche ja noch ein paar Stöcke. So, ich würde mal sagen, jetzt können wir auch in den Verlauf stellen. Ja, weil ja... Obwohl so dunkel ist es, ne? Ich sparen wir lieber das gute Stück. So, jetzt muss ich aber immer noch eine Jagdhütte bauen. Aber kann ich das überhaupt? Das ist so aus dem Speicher. Landwirtschaft. Jagdhütte. Nicht genug Technologie. Survival. Okay. Das ist auch alles versperrt. Was könnte ich denn machen? Ich könnte ein Ressourcenlager bauen. Grundholz. Das bräuchte ich dafür ganz viel. Dann hole ich mir mal ein bisschen Holz. Ich kann natürlich auch auf die Jagd gehen, aber das ist blöd, wo es dunkel wird, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob ich erst die Jagdhütte brauche. Aber eigentlich nicht. Nee, Quatsch. Ich kann eigentlich die ganze Zeit Tiere jagen, wie ich will. Ich bin so, ich bin so nehm. Ich weiß es, wenn es dunkel wird. Ähm, ja, dann ist der Sommer bald vorbei. Dann kommt der Herr. Scheiße, ich bin überladen. Ich glaube, ich werde mal gleich die Beeren, äh, wegpacken in die Kiste, damit ich die dann schon mal für schlechte Zeiten habe erstmal wo trinke. Ah ja, und mein Hasen, den ich aus der Falle geholt habe, den kann ich ja auch schon mal beraten. Es fehlen hier irgendwie noch mal ein paar Fackeln, die man so anbauen kann, ans Haus irgendwie. Hey, was ist denn? Nee, ich will, ich will. Ah ja. Ja. Okay, zwei hatte ich noch. Naja, an unserem Hasen ist halt nicht viel dran, ne? Ich glaube, ich schlafe jetzt mal. So, ähm, Hunger habe ich nicht. Aber ich wollte noch was in die Kiste packen. So, die Beeren. Die wägen natürlich nicht viel, aber... Wie gesagt, ich will nicht, dass sie schlecht werden. Wegerich. Da kann ich ja auch mal ein bisschen was reintun. Was man hat, hat man. Vergammelt in der Kiste, soweit ich weiß nicht. Oha, das Fleisch ist auch nicht mehr so... ...dolle. Weil das vergammelt im Inventar ja leider auch. Die wiegen nichts, das ist gut. Die packen wir auch jetzt mal weg. Die brauche ich jetzt nicht für den Hausbau. So, Pilz weg. Leder weg. Die packen wir auch weg. Naja, die wiegen natürlich schon auf was, ne? Die können wir erstmal wegpacken. So, dann gehen wir mal ein paar Rundhölzer besorgen, ne? So, noch kein neues Hasi, du, ne? So, dann gehen wir mal. So, dann gehen wir mal ein paar Rundhölzer. Und jetzt sind wir auf das Kiste. Okay. So, dann gehen wir mal ein paar Rundhölzer. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauche ich hier? Ach Quatsch, Ressourcen wollte ich... Oh, wende ich den Scheiß jetzt. Was wollte ich noch mal bauen? Hier, das Ding. Okay, zwei fehlen noch. So, jetzt haben wir den Herbst zu fassen. Oh, ich bin schon wieder überladen, aber zur Hütte schaffe ich es noch. Hallo, Harry! Na? Fertig mit Geburtstag. So, da sind die schönen Bären. Da will ich natürlich das Ressourcenlager nicht hinbrunnen. Ich kann ja mal kurz ins TS gehen. Oh, dieses blöde Fenster. Wo ist meine Maus? Oh, das gibt's nicht. Ich komme aus diesem Spiel nicht raus. Ich komme nicht aus dem rechten Monitor hier. Irgendwie ist meine Maus weg. Oh, ist das Scheiße. Oh, ist das Scheiße. Jetzt muss ich mal Einstellungen reingehen hier. Fenstermodus. Fenster. Jetzt müsste ich rüberzappen können, genau. Na, hab ich's aber nicht im TS. Ah, du willst gleich, äh, Rorson spielen? So, jetzt kann ich wieder umstellen. Ah, ich hab vorhin schon so viel Rorson gespielt. Und ich hab sogar Battle Royale gespielt. Damit ich meine Aufgaben da fertig krieg. Wobei das sowieso egal ist. Gibt ja keine Battle Passes voll. Naja. Rang 155. So, jetzt will ich hier irgendwo diese blöde Hütte bauen. Landwirtschaft. Und natürlich nicht, was soll ich auch hier. Was? Wie groß ist das denn? Ernsthaft? Das ist aber mächtig groß. Oh, keine Ressourcen mehr. Ich brauch schon nur noch Stöcke. Achso, bist noch am Handy. Aha. Noch so ein Stück Kuchen für mich mitgegessen. Okay. Ich gebe noch mal die Ressourcen muss. Ich finde die Musik ganz schön, das ist so schön chillig und gemütlich. Ich liebe das. Herrlich, einfach herrlich. Fehlt nur noch, wieso gehe ich immer auf die Taste, fehlt nur noch so Multiplayer, dass man sich so besuchen könnte oder so. Rundholz, hier brauche ich wie noch Rundholz. Wieso brauche ich noch Rundholz? Auf jeden Fall noch Stöcker. Hallo Harry. Na, ordentlich vollgestopft. Ja, ich bin jetzt vollgefressen, fertig zum Spiel. Ich habe gerade geguckt. Du bist ja fleißig. Ja, ich habe vorhin ja auch schon ordentlich Warsum gespielt, gestreamt. Ich habe auch ein bisschen Battle Royale gespielt, weil ich da dann auch die Aufgaben noch fertig kriegen wollte. Ja. Ja. Ich habe die besondere Frage, wie könnt ihr auch mal, wenn du willst, mal wieder irgendwas zu machen. Was ist das anders zusammen auf? PUBG zum Beispiel? Na, PUBG habe ich gar nicht mehr auf dem... R-O-E. 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 Oh. Kann man machen. Das blöde ist nur, die haben ja immer noch diese doofe Map, ich habe das heute auch schon gespielt. Mhm. Aber nur um meine täglichen Aufgaben da fertig zu machen. Beziehungsweise ich sammle da immer noch diese, ja es gibt wieder so Sachen, so Kopfhörerkrams und so, die du sammeln kannst. Damit du auch im, sag schnell, Airdrop und so, damit du das eintauschen kannst, wieder gegen Charaktere und so. Ist das hier das Spiel, was der Airwolf macht? Ja, das hatte er letztens auch. Da hatte ich noch einmal bei ihm zugeguckt und dann sagte ich so, ja das Spiel ist gut, da hatte ich das ja schon gekauft und so. Und das hatte ihn da nicht so wirklich interessiert, weil er hat ja da seine Spiele, die er immer fertig machen muss. Von den Publishern, die er da bekommt oder so. Ja und dann gucke ich so nächsten Tag auf einmal, spielt er das Spiel, weil da sei ja, jetzt spielst du das Spiel ja doch und so. Und dann, äh, mal der wollte ich gar nicht, wurde dazu genötigt. Hatten die anderen wohl ihn irgendwie überredet, das auch mal zu spielen oder was? Aber sind ja alle gleich, ne? Ne, das ist anders. Ja, gut, aber... Hier musst du ja auch, äh, ne Frau umwerben, Nachwuchs kriegen. Ach du Scheiße. Mit dem Nachwuchs spielst du dann ja später weiter. Wenn du sterbst und keinen Nachwuchs hast, dann kannst du ja nicht weiterspielen. Die sind Wölfe. Ja. Die haben... Kann man gestorben? Ne, gestorben bin ich noch nicht. Oh, mir fehlt immer noch Zeugs. Ne, ich hab noch ein bisschen. Rundhölzer. Ach so, mit mehreren Spielen? Ne, leider gibt's noch keinen Multiplayer. Ja, die sind wohl am überlegen, die Entwickler, ob sie das vielleicht mal irgendwie... Also die denken schon dran, dass sie das vielleicht doch mal reinbringen. Wäre natürlich cool, wenn du so dich besuchen könntest. Der eine hat da ein Dorf, der andere da und... Wäre irgendwie lustig. Ja, und heute hab ich das nach längerer Zeit dann doch mal wieder ausgebuddelt. Also man muss ja auch ein bisschen Zeit und Ruhe dafür haben. Ich dachte, jetzt spielst du noch mal eine kleine Runde. Ich muss nachher auch noch kurz was bügeln und so. Und dann geht's ja auch schon bald wieder ins Bett. Ja. Ja, wir haben auch Schluss gemacht, weil die Kleine, das muss ja morgen wieder... Zur Schule, ja. Genau. Da war dein... Im Motto war dein KW weg. Ich hab ihn natürlich mein Hawaii-Hemd angezündet, so logisch. Ja, du sahst ja ganz schick aus. Du sahst ja ganz schick aus. Oh, ich bin überladen. Ja, hallo Harry. Ja, du schätzt da sowieso keiner, du bist der einzige Zuschauer. Ja, aber man muss da noch ein bisschen angeben. Ja. Wolltest du, wer angeht, hat mehr von ihm. Aha. Du musst da reingehen, ne? Und dann geht's bis dahin. Er ist ja. Oh, ich hab, ich brauch Bäume. Ja. Daneben an ist auch noch ein Haus. Ja, das ist mein Wohnhaus. Das ist jetzt nur ein Speicher. Aber ich muss was essen. Ach, was hab ich da noch hier. Mach dir mal schöne Schleimsuppe. Riesenschempels, den kann man essen. Das weiß ich noch von Red Dead, da gab's den auch. Ich sag ja, die ähneln sich fast. Bis auf Kleinigkeiten haben die da was reingebaut. Ja, aber in Red Dead oder in, äh, oh, Vergiftung. Hast du mal wieder, äh, Scum gespielt? Nö. Da soll sich auch alles geändert haben, ne? Ja, das stimmt. Aber da muss man dann auch, äh, ja, weiß nicht, ähm, da würde ich sowieso nur auf den PvE-Server gehen. Boah, alles verschwommen jetzt, weil mir geht's nicht so gut. Ich bin vergiftet. Ach, du Scheiße. Ja. Ich hab was Verdammtes gegessen. Das soll man mal nicht machen. Das Problem ist nämlich, dass im Inventar verdirbt das Essen. Also, ich hab eben gerade ein Art, ein Haus, äh, ein kleines Art des Hauses mit überbackenen, äh, Pilzen und Kroketten gegessen. Aha. Auf dem Geburtstag noch, oder wie? Nein, nein, da, da haben wir nur Kaffee getrunken. Wir sollten doch nicht sagen, nee, sag, guck mal, die muss ja morgen, ich sag, wir fahren los, alles gut. Ja. Ja, ganz normal zum Kaffee und Kuchen wart ihr denn da. Ja, genau. Wir haben dann unterwegs angerufen, oder ich? Hm. Gaststätte bei uns im Norden. Zwei mal, kleine Art, äh, kleine Art des Hauses mit Salat. Ah. Wann soll ich kommen? Äh, passt das gerade? Ich bin dann noch schnell zur Bank, hab Geld geholt, weil wir kein Geld mehr im Haus haben. Und dann bin ich da hinten, dann hab ich dann gleich, äh, zweimal geblut. Ich hab gerade jetzt eben vermampft. So sah ich. Ach, fertig. Och, das hast du so schön gemacht. Der Wintergarten ist so schön warm. Ach nee, siehst du? Ich hatte nämlich die Heizung angestellt. Aha. Und alles gestern hatte ich geheizt mit dem Biberlager. Ich denke, wir kommen auf. Ja, sagtest du. Schön gemütlich gemacht. Jetzt, jetzt sind da drin 24, 25 Grad schieben. Oh, das ist doch kuschelig. Und dann im Bad ist das schön warm. Gestern war meine Frau noch in der Badewanne. Die geht gerne in der Badewanne. Ich nicht so, aber... Wirst du jetzt schon wirklich die Heizung angestellt? Ich sag, wann denn, sag ich? Wenn wir auf dem Friedhof fliegen, brauchst du keinen warmen Arsch. Ja, eben. Hast du recht. Ja, und dann hab ich das Ding angeschmissen. Da waren zehn Blumenwahlers pottenwarm. Die, äh, im Wintergarten, die Fußbodenheizung, die braucht ein bisschen. Die braucht so zwei Stunden, bis du merkst, dass es warm wird, ne? Aber jetzt, wo wir wieder da waren, äh, boah, sagt sie, das ist hier richtig mollerig. Ja, sag ich, das geht ruckzuck, sag ich. So, und dann, wie gesagt, hier oben, wo ich spiele, jetzt, hab ich mir das auch schön schnuckelig gemacht. Naja, so. Früher, meine Tante und so, die hatten dann einen Raum nur angemacht. Ja, das ist so giftig für ein Haus, wenn du nur einen Raum heizt. Ja. Denn, dann musst du alle Räume heizen. Ja, genau. Dann machst du mehr kaputt mit, als du gedenkst. Ja, das ist richtig. Ja, und da ich jetzt ja überlegt habe, dass ich so sparsam mit der Energie bin, dass ich das von euch gehört hab, da hau mal richtig in den Tasten. Ja, warum soll man sich's nicht gut gehen lassen, ne? Ja, man lebt nur einmal, das Leben kann so schnell vorbei sein. Genau. So. Ja. So, was macht denn meine Hasenfalle? Aber ich hab mich gefreut, mein Schwiegersohn, der hat's noch schön abgenommen jetzt. Aha. Er macht diese Diät, äh, weiß nicht, ich hab gar nicht, die zugehört mit 16 Stunden nicht essen und drei, dann irgendwie was mit ne ganze Zeit nicht essen und dann kannst du danach wieder essen, vernünftig. Aha. Ja, hab ich rausgeholt. Die sieht ein bisschen aus wie in The Forest, die... Naja, deswegen meinte ich ja, hab ich das ja geäußert, dass die fast alle gleich sind, die Spiele. Naja, bei Wenden ist das ja auch nicht schlimm, ähm, man muss nur das rausfinden, sag ich mal, was einem so von dem ganzen Sammelsurium am besten gefällt und dieses gefiel mir einfach, weil's auch irgendwie mal was anderes ist, weil das ist ja ne Dynastie, du sollst dich ja, ähm, das geht ja weiter, du musst ja, ähm, dich vermehren, Nachwuchs erzeugen und dein Dorf nachher vergrößern, etc. Also ist das kein Spiel für Schwule? Für Schwule, ne, weiß ich nicht. Nee, wohl eher nicht, es sei denn, die adoptieren irgendwie, ne? Aber ich glaube, das ist schwierig im Mittelalter. Moin Micha, willkommen. Wie geht's dir? Ja, Micha hat vorhin wieder sein neues Spiel gespielt, habe ich gesehen, aber nicht im Stream. Ja, was ich sage, der muss Geld haben, die Sau, der kauft sich jedes neue Spiel. Ja, aber echt, ne? Das können wir nicht mal eben so einfach. Nee, nee, da muss ich lange für sparen. Äh, nee, ja, jein, also ich habe das Spiel schon etwas länger. Ich habe es aber bis jetzt nur einmal gespielt, weil das ist auch ein 2R-Spiel, wo du ein bisschen Ruhe für haben musst und nicht mal einfach so rein zum Abreagieren ballern oder so, sondern, naja, du musst da auch eine Frau umwerben und... Ja, du musst da rumhacken, wie, weißt, als wenn es kein Morgen mehr gibt, du musst Nachwuchszeuge... Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz schön und... So, haben wir hier noch was zu essen? Ach, ich habe ja Fleisch... Ja, und stell dir mal vor, ich kaufe mir das Spiel jetzt auch und dann sehen die alle pot-esslich aus. Was mache ich denn? Ja, ich hoffe, da hast du ein Problem, Harry. Ja, das ist hier bloß ein bisschen tricky, ich will, ähm, jetzt gib einmal den Kochtopf, dann kannst du hier schlafen. Und du kannst hier noch anklicken, dass du... Dass du Fleisch braten willst, aber irgendwie... Kriege ich das immer nicht so hin, bin ich irgendwie... Wo haben wir das Spiel gekauft? Bei Steam oder wo? Äh, ja, ich hab's... Ubisoft oder... Nee, bei Steam, oh, jetzt krieg ich das wieder nicht hin, hier. Mann, ich will mein Fleisch braten. Das müssen die irgendwie nochmal ein bisschen besser machen. ...Harris Frau muss erst noch gebaut werden, ja. Der sucht ja immer dann in dem Spiel nach Brasilianerin. Ja. Boah, sag mal, bin ich jetzt nur zu doof? Kessel will ich nicht. Darüber äußere ich mich. Steinlager. Oh man, vorhin habe ich... Du hast kein Inventar in deinem Ding, deswegen zeig dir der nichts an. Nein, das Problem ist, ich will das hier anklicken, damit ich mein Fleisch braten kann. Ja, aber guck doch mal in deinen Rucksack, hast du ja auch Fleisch drin. Ja, ich habe Fleisch hier drin. Achso. Aber ich will das ja... Das steht auch kochen. Du musst das Fleisch anklicken und dann kochen. Nee. Vorhin habe ich es ja auch geschafft, dass ich... Wenn ich das vielleicht mal zuweise... Slot... Ja, geht nicht. Kann ich nicht zuweisen, kann ich nur Waffen zu... Nein, ich habe vorhin das Feuer angeklickt, ganz normal. Und dann hast du noch ein anderes Menü. Oder muss ich doch jetzt, warte mal, ich versuche nochmal mit der Fackel... Kann sein, dass ich die Fackel, äh, haben muss hier. Das kann natürlich sein, dafür muss ich haben. Da brauche ich aber Stroh für und einen Stock. Also hier sehe ich gerade 25 Euro kostet, ist das richtig? Äh, ja, es war letztens noch im Angebot. Also ich habe jetzt die Supporter Edition geholt. Die hat, äh, auch so knapp 25 gekostet, aber das Grundspiel war letztens noch im Angebot für 1999. Also auf Deutsch ist das aber, ne? Ja, das ist alles in Deutsch, aber es ist keine... das hat keine Sprachausgabe. Ach doch. Ist ja auch nur ein kleiner Entwickler. Da kann man ja jetzt auch nicht so viel erwarten, dass sie jetzt hier noch groß mit Sprachausgabe machen oder so. Also ich muss mal gucken, wo du gerade sagst. Pring. Wo kann ich jetzt sehen, dass das jetzt hier richtig geht? Aber du hast jetzt wenige Ausgaben? Ich habe die Supporter, Alter. Da gibt es doch irgendwie eine Map zu und ein bisschen Mittelalter Musik mehr oder so. Aber die kostet ja wohl 6,99. Ach nee, 28, 78 oder 76 steht hier. Ja, ich sage, letztes Mal war es aber beim Angebot noch. Ja, digital steht hier, ne? Dahinter noch. Digital Supporter Edition steht da. Die erste. Ja. Genau, die habe ich. Ja, weil ich, äh, wollten wir das gönnen, weil, äh, die... Ja, weil, da wollten wir auch ein bisschen mehr Mittelalter Musik noch bei uns oder so. Ja, da könnten wir das so tanzen. Ja. So, vielleicht geht das ja mit der Fackeln. Den habe ich immer noch nicht. Oh, das ist doch zum Knochenkotzen. Oh, was stimmt mit dem Spiel nicht? Ich will mein blödes Fleisch kochen. Ich will, ich will, ich will. Sag mal, ich möchte. Ja. Meinst du, das hilft? Ich möchte jetzt mein Fleisch kochen. Ja. Warten. Das ist noch EA, ja, genau. Man weiß natürlich nicht, obwohl vorhin habe ich es hinbekommen. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Guck mal bei Epic, was es da kostet. Fleisch. Fleisch habe ich. Also, äh, selbst wenn ich kein Fleisch hätte. Ich habe gesehen, bei einem Streamer, beziehungsweise Let's Player, der hatte auch paar Mal klicken müssen, aber da hat es auch hinbekommen. Ja. Boah, das macht mich jetzt echt wahnsinnig. Mann, das müssen die doch mal fixen, dass man das irgendwie... So, Kessel, Steinlagefeier. Oh, ich gebe auf, aber das ist scheiße. Man geht nie, man gibt nie auf damit. Ja, aber guck mal, ich muss, bald kommt der Winter hier. Drei Tage ist immer eine Saison, da läuft mir auch die Zeit dann davon. Ja. Dann kommt nachher der Winter, ich habe nichts anständiges anzuziehen. Ich kann ja mal gucken, ob ich auf die Jagd gehen kann. Ob ich irgendwie Tiere finde. Ich muss nämlich dreimal einen Fuchs und dreimal einen Bären. Das mit dem Bär ist ein bisschen blöde. Sonst nimm einfach Brombeeren, das geht ja auch. Ja, Bären habe ich auch schon gesammelt, die habe ich erstmal in die Kiste gesteckt, weil die sonst nachher noch vergammeln bei mir im Inventor. Also, du kriegst bei Epik das Spiel noch. Geh mal auf MR-Programm mal gucken. Das ist auch noch ziemlich neu, vielleicht gibt es das deswegen noch nicht. Aber das wäre ja sowieso nichts für dich, weil es ist ja Singleplayer. Ja. Und ob es das irgendwann mal tatsächlich als ähm... Geht so nacht, nacht, ich sehe gerade, nacht und tag, ne? Ja. Was schreibt der? Ist das noch EE? Ja, Early Access. Ach so, Early Access. Ja, das ist ja auch erst ähm vor einigen Tagen rausgekommen. Du bist ja noch. Und äh, die bringen fast jeden Tag ein Patch. Also, die Entwickler sind wirklich echt ähm, hinter hinter. Sogar am Wochenende, also letztes Wochenende gab es irgendwie Samstag, Sonntag jeden Tag ein Patch, auch wenn es immer nur ein paar MB waren. Aber die sind sehr bemüht, dass sie auch die Bugs rauskriegen und so weiter, ne? Das finde ich, das ist schon viel wert. Es gibt ja auch Spiele, die werden rausgehauen und dann hörst du einfach nichts mehr von denen. Ach, ne, ich muss zur Hütte zurück. So kann ich ja überhaupt nicht jagen, im Dunkeln. Da seh ich ja nix. Ja, da gibt es bei MMO, da gibt es das für 1949. Ja. Ja. Wie gesagt, letztens war es ja im Angebot, wie es noch, äh, wie es frisch rauskam für ein paar Tage. Ja. Eine Woche oder so gab es das bestimmt, äh, für 1999. Und da habe ich gedacht, wenn denn, dann machst du hier gleich die Supporter-Version. Was heißt das denn? Ja, da gibt es irgendwie noch so eine Map oder so mehr, dann bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ein bisschen Mittelalter-Musik mehr. So, jetzt habe ich nicht viel zu essen. Warte mal, ich guck mal, ob da schon wieder Beeren gesamten gewachsen sind. Glühbeeren gibt es da auch? Glühbeeren, ja, bestimmt. Ne, Beeren habe ich noch nicht wieder, habe ich alle abgeerntet. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Suppe oder sowas. Aha. Ja, aber die habe ich in die Kiste gepackt. Ich muss was essen jetzt. Weil das dann nicht geht, dass du dir kein Steak machen kannst. Oh Gott, hier. Oh, vergammelter Haferschleim. Das ist, das ist schlecht. Ja, schön wäre das ja, wenn man das mit Beeren spielen könnte. Ja. So. Fleisch bringt bloß auch nicht viel an Nahrung hier. So, erstmal was essen. So, wie kann ich den fallen lassen? Ablegen. Ja, den hatte ich zu lange im Inventar gehabt. Schade. Aber warte mal, habe ich mir nicht, habe ich da nicht noch was? Hast du denn, musst du denn auch, äh, ist das endlos das Inventar oder musst du einen gewissen Rucksack bauen? Ja, ähm, das ist, das, äh, ich bin zu, äh, ich kann auch überladen sein, da kann ich nicht mehr laufen. So. Und. Der Amboss ist da oben, dass du was herstellen kannst, ne? Was? Der Amboss da oben. Amboss. Ja, das ist, ähm, hier kann ich das nochmal sortieren. Amboss ist so Material Zeugs. Ja. Dann habe ich hier, was irgendein Essen ist. Das ist Amboss. Amboss ist Material, ja, was ich so verarbeiten kann. Und dann hier ist natürlich unter, ähm, ja, Essen und, äh. Da ist Kleidung, da ist denn, da sind denn, äh, Sperre und Bogen da schon Bogen. Ja, Warten habe ich da nicht drinnen. Schon Bogen gemacht? Ne, so weit bin ich. Machen wir auf, machen wir auf Sperre. Ich will mal sehen, was da angezeichnet wird. Da ist gar nichts. Da musst du was bauen. Wo mal Sperre habe ich ja schon gebaut. Steinaxt, Fackel, Hammer. Den Hammer brauche ich ja zum Bauen. Einen schönen Bogen mit Pfeilen kannst du immer schön Tiere abgenommen. Ja, bis jetzt habe ich das nur mit einem Speer gemacht. Ja, du wirst ja. Ich habe aber auch noch nicht viel gejagt. Dann bau dir mal einen Katana noch. Ja, als das geht nicht. So, ich muss auf jeden Fall mal irgendwas jagen. Hier, diese blöden Füchse und Bären. Warum kann ich kann... Hätte es, das hätte auch viel einfacher sein können, dass diese... Das heißt, jage Rehe oder so. Aber drei Füchse. Die wollen mich ärgern. Weil die soll es ja auch erstmal finden. Ja, dann wäre gut, wenn du einen Bogen hast. Kannst du dann vom Weiten hier beschießen. Ja, aber Bogen kann ich, soweit ich weiß, noch nicht machen. Okay. Wahrscheinlich brauche ich... Es gibt ja auch einige Sachen. Da brauchst du eine Werkstatt noch für und sowas. Was haben wir? Gebäude kann ich bauen, Speicher, Ressourcen. Man kann auch was kaufen und verkaufen, ne? Ja. Ja. Ja, dann kannst du dir... Guck mal, hier sind so Schlösser vor. Da habe ich dann noch nicht genug Technologie und so weiter. Du musst das ja auch skillen und so. Ja. Ja. So, hier kann ich zum Beispiel Gänsehaus, die kann ich kaufen, die sind aber auch ganz schön teuer. Ein Feld kann ich hier basteln. Kuhstall und sowas alles. Aber es ähnelt sehr Forest, ne? Außer, dass du hier die Zombies hast, ne? Ja. Aber da in Forest kannst du ja gar nicht so bauen. Nein, ich meine nur so grob über... so ganz grob jetzt mal gesagt. Hat Sven das Spiel auch? Nö. Nur du? Ja. Ja. Oder Annika auch. Nee, für Annika ist das nix. Mhm. Ja, und Sven war... Er hat sich gar nicht... Der weiß gar nicht, was ich hier... Der hatte kurz bei einem mal zugeguckt. Ein bekannter von ihm. Und da sagte er nur, ja, die Grafik sieht ja nicht schlecht aus. Mhm. Also ich finde es auch, sieht nett aus. Ich weiß nur von einem, der musste neu anfangen. Der hat jetzt auch ein bisschen rumgetrödelt. Und der hatte dann nachher... Ja. Ist im Winter gestorben, weil er keine Winterklamotten hatte. Okay. Da musst du nämlich dann auch aufpassen. Oh, da ist ein Wiesent. Mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Nee. So, hier laufen auch Rehe rum. Aber ich brauche einen Fuchs. Ich brauche Bären. Aber mit so einem Bären möchte ich mich... Ja. Ein Reh. Ja. Ich glaube das hat irgendwie... Was ist eigentlich, wenn du stirbst? Was ist denn eigentlich? Ja, dann muss ich meinen Speicherstand neu laden. Ja. Komm los. Hol den Dreh, hast du was seltsen? Shit. Ja, bitte. So, wo ist jetzt mein... Da. Zum Glück wird mein Holzsperr angezeigt, wenn ich die Taste drücke. Ja. Bleib stehen, du Scheiß. Oh, wo ist das jetzt hin? Da. Nee, ich muss ja gucken, wo mein Holzsperr ist. Da wird angezeigt, wenn ich alt drücke. Nee, das ist meint. Vielleicht fällt der jetzt auch um. Oh, immer noch nicht. Gut, Spur ist da, siehst du. Und jetzt. Jawohl. Halt doch nicht, schmeißen. Ah. Ja, jetzt aber. Wenn du einen Headshot machst, dann stirbt es sofort. Okay. Da. Gut. Oh, jetzt habe ich kein Messer mehr. Wieso habe ich kein Messer mehr? Habe ich bestimmt verkauft. Dann musst du dir ein Steinmesser bauen. Ja, habe ich schon. Siehst du, jetzt hast du schön was zu füttern. Ja? Ja, das nützt mir aber ja nichts, wenn ich das mit dem Feuer nicht hinkriege. Ja, jetzt klappt das bestimmt mit dem Feuer. Oh, wieso schmeißt der den so daneben? Kann sich schon eine wildnäsigen Feuer machen? Ja, man kann sich ein Feuer machen. Okay. Ja. Aber. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob man das da hinkriegt mit dem Brat. Na, ich habe es schon mal versucht. Da ging das nicht. Kochen. Ich sage kochen und er zeigt mir nur wieder dieses Schlafdings, ne? Ja. Oh, ich muss schon wieder liegen. Ich habe es schon wieder dunkel hier. Entweder bin ich echt zu blöd dafür. Nein, du bist nicht zu blöd. Da muss ich doch die Fackel in die Hand nehmen. Ich weiß auch nicht. Ne, er zeigt mir immer nur dieses scheiß Schlafsymbol. Jawohl. Ich weiß aber auch nicht, ob man überhaupt an den, äh... Ah, jetzt habe ich den Trick. Nur kurz antippen, dann nicht gedrückt halten. Ah, wie ist denn jetzt Rinder mit dem Fleisch? Na, bitte, geht doch. Äh, ich denke eben, wieso ist da zweimal E? Ist ja klar. Das eine ist für gedrückt halten und das andere war für, ähm... Ja, nur antippen. Kein Wunder. Manchmal ist man ja echt verpeilt, ne? Das würde ich sagen. Ja. So, aber das Blöde ist, dass Fleisch echt nicht viel bringt. So, ich esse jetzt mal so ein Fladenbrot. Das habe ich mir vorhin gekauft. Gönnen wir. Ja, das gönne ich mir auch Pilze. Also ich weiß nicht, was der sich manchmal reinziehen muss, um überhaupt einigermaßen satt zu werden, ne? Genau. So, ich habe aber immer noch keinen Fuchs gefunden. Aber weißt du was? Ich glaube, ich gehe auch mal zu meiner Holden Maid. Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen flirten, ne? Nicht, dass die mich vergisst oder so. Ach, du bist ein Mann. Ja. Ja, das gibt nur Männer hier. Er ist Mittelalter. Du musst ja dann als Mann, äh... Ja. Zeig ihr mal richtig wo... Ja. Zeig ihr mal wo der Hammer hängt, ne? Genau. So, auch wenn du hier Pilze, da kannst du dir da 10.000 Pilze reindrücken. Neues Level. Überleben. Weißt du, das ist nur drawiger reindrücken? Naja. Wollte ich so jetzt auch nicht sagen. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ich dass das erste Mal gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr bei wem. Auf jeden Fall, ja, dachte ich, ach, das ist ja ein toller Spiel. also ich mag das aber harry das ist nix für dich ich sag das ist aber nix für dich aber wo du vorhin sagtest wir können ja mal was zusammen fällt mir gerade ein wir müssen demnächst wir können ja demnächst mal so division zusammenspielen das fällt mir gerade ein haben wir auch noch zusammen das müssen wir mal machen demnächst mit sven zusammen ja das ist es deswegen das graut mir immer ein bisschen davor überhaupt anzufangen weil du brauchst ruhe du willst schillen dabei das ist ja es ist gemütlich auch diese schillige musik das ist irgendwie schön deswegen deswegen kauf ich mir das ja jetzt also nicht runterkommen von meinem mörderlust das kann aber auch man muss sich auch ein bisschen waschen weil das mögen die leute auch nicht wenn du da stinkig ins dorf kommst und mit den quatsch das ist möglich so so ich gehe jetzt mal ins dörf die es sollen später wohl auch noch reittiere kommen also dass du irgendwie mit pferden oder angeblich wäre natürlich cool also ich stelle es mir geil vor wenn es auch noch so multiplayer mäßig gehen würde dass man sich vielleicht gegenseitig besuchen könnte oder so auch das auch schon gameplay darüber gesehen ja also ich schaue es mir auch ganz gerne an bei meinem lieblings streamer diese eine mit dem mit dem bart und dem cabbie den hatte ich dir schon mal gezeigt hat er habe ja und dann musst du aber dass meine englager kommt mal da hinten wo ja das ist das sind die gute ausgesucht aber die sind wir meistens bei den hühnern ja das ist gut hallo englager wie geht's dir denn hallo ich möchte dir was sagen schöne frau ich möchte nicht nur da habe ich noch null chancen du siehst heute wunderschön aus zur neigung plus fünf hast du einen moment zeit für mich hast du in letzter zeit irgendwelches gerede gehört ich möchte dir was schön was sagen schöne frau ich bewundere deine ehrlichkeit du scheust dich nicht anderen zu sagen wenn du ihr verhalten missbeliehst ne das ist glaube ich nicht so weißt du ich mag dich sehr ja ich weiß nicht ob sie da schon bereit für ist okay plus null hast du einen moment zeit für mich wie ist es dir in letzter zeit ergangen zustimmung plus 10 hier unten steht ja alter 20 zustimmung 100 aber zuneigung ist erst 33 ich möchte dir was schön was sagen schöne frau ich möchte dir was schön was sagen schöne frau ich hab dich sehr gern immer noch null okay hast du einen moment zeit für mich schönes wetter heute findest du nicht auch zustimmung 10 Ich möchte dir was sagen, schöne Frau. Wir sollten irgendwann einmal zum Mittagessen an den Fluss gehen. Ich habe gehört, dass es um diese Jahreszeit sehr schön sein soll. Zustimmung plus 5. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück, harter Job. Ja, das gefällt ihr. Okay, jetzt möchte sie erst einmal darüber nachdenken. Nicht lange rinnen wie mit der Stadt, ruppi lecki, Junge. Mutter von den Fischen, was ist hier für ein Rumgelagert? So, hier will ich auch nochmal ein bisschen Zustimmung von den Leuten. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Nö, meine Mutter sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ja, ist ja gut. Aber ich bin auch gar kein Fremder mehr. Hey, ich möchte dir was sagen, schöne Frau. Tut mir leid, aber ich bin verheiratet. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Schönes Wetter haben wir heute, findest du nicht? Zustimmung plus 5. Weil ich will natürlich auch einen guten Ruf bei denen haben, ne? Hallo. Ich möchte dir was sagen. Schöne Frau. Es tut mir leid, aber du bist ein bisschen zu jung für mich. Hast du da auch zwei oder drei am Stück laufen haben? Äh, weiß ich nicht. Also ich war einmal in einem Dorf, da gefiel mir einer auch ganz gut. Ähm, das ist aber ein bisschen weiter weg. Da war ich halt schon länger nicht mehr. Ja. Hast du den Adligen gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte die Leute sagen, dass er tolle Geländer trug. So, Zustimmung minus 2. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Ne, hat sie nicht mehr. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Also das Spiel ist gekauft. Aha. Selber Schuld. Für 1949 habe ich mich ja noch nicht beruhigt gemacht. Ja. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Für die muss man dann nachher auch noch Häuser bauen, weil sonst kommen sie natürlich nicht zu dir. Gronkh hat das letztens auch gespielt. Auch mehrere Male, glaube ich sogar. So, ich muss immer noch... Ich bin jetzt alle von den Publishern oder so. Ja, das kannst du haben. Aber ich muss mal noch diese blöden Füchse jagen. Ja. Wo soll ich die finden? Wo soll ich die finden? In Sanddruck. So, jetzt hat er mir den Key geschickt, werde ich den mir mal ein erfolgreich Produkt verschickt. Jetzt E-Mail, Postfach prüfen. Der Verkäufer hat ihre Zahlung autorisiert. Zahlungseingang bestätigt. Aha. So, Key-Anzeigen. Brauche ich mal eben. Hast du das gut, Harry, dass du so ein schönes Spiel jetzt hast? Oh, das ist aber ziemlich lang. Mein Gott. Hm? So, probieren. Äh, jetzt in Steam einfügen. Warte mal, Bibliothek. Steam, Spiele, da, Spiele, Spiele, Spielcode eingeben. Warte mal. Kann gut. Ein Produkt bei Steam aktivieren. Hm. Das ist der richtige Weg. Weiter. Wir können sonst gleich nochmal, ähm, zwei Runden Warsons spielen. Hm. So. Ungültiger Produkt, da geht schon los. Produktschlüsse. Hä? Ungültiger Produktschlüssel. Hast du unten links bei Steam eingegeben, oder? Na, warte mal. Ach so, ja, Spiel hinzufügen, ne? Ja. Und links bei Steam. Und dann Steam-fremdes Spiel hinzufügen oder ein Produkt bei Steam aktivieren? Ähm, Steam-fremdes ist es ja eigentlich nicht, ne? Wenn du es bei Steam kaufen kannst. Nee, 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 also, ich würde sagen, ein Produkt bei Steam aktivieren, würde ich sagen. Ja, würde ich versuchen, ne? Ja. Ach, du Scheiße. Ey, die Schweine soll ich nicht jagen. Komm, hau ab. Du sagst jetzt wiederum. So, die haben wir sehen, dass ich kein Hammer mehr habe. Ah. Flödes Viech. Was, hab ich keinen Speer mehr, oder was? Hammer, hol mal den Hammer raus. Hab ich keinen Hammer mehr? Wo ist mein Hammer? Ist ja kaputt. Ah, okay. Hab's auch mit Angst. Wieso habe ich keinen Hammer? Steam-fremdes Spiel hinzufügen, werde ich mal versuchen. Wieso ging das bei Steam-Dings nicht? Nee. Mein Rundholz brauche ich. Welche... Wählen Sie ein Programm aus? Ja. Aber steht da keine, äh... Nee. Wie heißt das Spielnummer? Mit Evil Dynasty. Okay. Okay. So, neun Hammer brauche ich. Und ich brauche neue Speere. Ist auch ein bisschen komisch, ne? Ja. Also unten links auf Plus drücken, ne? Spiel hinzufügen. Richtig, ne? Ja, unten links bei Steam. Ja, so, und da sind denn, äh, Steam... Shop nach Spielen durchsuchen. Ja. Soll ich das denn machen? Ich hab drei Möglichkeiten. Da steht jetzt Steam-fremdes Spiel hinzufügen. Ein Produkt bei Steam aktivieren. Das würde ich sagen, ist doch richtig. Ein Produkt bei Steam aktivieren, würde ich wählen. So, geben Sie hier den auf der CD enthaltenen Produktschlüssel oder einen anderen Steam-Produktschlüssel ein, um mein Produkt über Steam zu registrieren und zu Ihrem Steam-Bibliothek hinzuzuführen. Ja, mach ich doch, so. Oh, jetzt kriege ich... Oh, jetzt kriege ich mein Spiel hier nicht mehr hin, weil ich versucht hab, auf, ähm, Dings zu gehen. Scheiße. Was denn, meine Güte? Ja, äh, jetzt. Nee, ich kann das Spiel nicht mehr spielen, weil ich versucht hab, auf Steam zu gehen, jetzt, während des Spiels. Na, ich wollte sowieso jetzt auf... Also, wie gesagt, bei mir geht es zu jeder Zeit. Ich wohne nur auf Windows-Taste drücken. Ja, aber bei dem Spiel, da müsste ich auf Fenstermodus gehen. Ich kann auch auf die Leiste, aber ich hab jetzt hier so ein blödes, äh, Steam-Fenster und kann mich nicht mehr in dem Spiel bewegen. Da musst du all vier drücken. Ja, das würde ich ganz bestimmt, Harry. So, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen und, jo, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.